So Leute! Willkommen zurück zu Let's Play Zelda Ruck-Rub-Seasons! Yo, wir sind immer noch im zweiten Level bei diesen Häschen! Genau! Häschen! Ja! Okay, ich nehme jetzt einfach mal eine Bombe und wirf's da rein! Nichts gebracht! Ey! Jetzt bei... Oh, bei den... Okidoki, jetzt mal hier! Die machen wir nicht gut! Autsch! Boah, ich hasse dieses Feuer-Dings! Okay, was ist das? Lol? Eiea! Natürlich! Okay, was ist das? Ein offenes Maul ist sensibel! Große Kampf bringt dir ein Ende! Ja, okay, ich weiß aber gar nicht! Hat gleich was mit Lampen was zu tun! Oh, was war das denn? Batterie? Ha! Genug! Ach so, äh... Ja, klar doch! Äh, ich hab den großen Schüssel aber nicht! Äh, ja! Toll, und jetzt? Und wieder den ganzen Weg zurück, oder was? Batschey! Ähm... Ja, da ist der Impos! Und worin soll ich jetzt? Was? Was? Krass! Hä, ich blick das nicht! Oh mein Gott, ey! Bring mir doch einfach nach oben! Das ist ja eine Lüge, ey! Ach so, ja, da kann man ja auch nicht weitergehen! Und dann... Und dann... Okay... Au! Alles wird gut, Alter! Jetzt eine Truhe da oben! Okay... Ja, wow! Krass! Okay, was ist hier? Ja... Ok... Okay, jetzt, da muss da große Schüsse sein, ja. Okay, jetzt ab zum Endbus. Oh, alte Tür. Okay, lass mich kurz durch, dann... Oh, aha. Alles kalt, ey. Oh, geht doch weg. Ach so, ja, das bringt ja nichts. Da ist dann wieder unklapplos. Und dann wieder, und dann wieder, und dann wieder, und dann wieder. Und dann wieder, ja. Okay. Jo, die Tür geht ein, oh, geil. Jo, jetzt ist es weiter. Ja, schneller, einfach. Ja, so. Bam, da ist der Bus. Mein Gott. Was ist das für dich? Ja, also, hier hat man im Ganzen alle die Bomben gebrocht. Das hat nämlich mal die Bomben. Außerdem ist hier dieses Gras-Teil. Oh, hat's hier gebrocht. Oh, verdammt, das war schlecht. Daher, geh weg. Ja, mein, mach dein hässiges Moon-Fack auf, alter. Schluck, alter, schluck. Da muss man auch noch irgendwie draufschlagen, oder so. Äh, nee. Kriegt ja nichts. Hä? Oh, ich glaube, ich weiß, wie er so ist. Krass. Ja, okay, Junge, bleib dich mal. Loos. Okay, Link ist so stark, ey. Komm schon, verraten. Okay. Ich hoffe, ich bin jetzt wahrhaft. Okay. Nu. Ja, äh. Ach, komm. Ja, ich bin doch. Damn. Ja, das ist ein Hatser. Oh. So, äh, was schon hat's Zeit und hat's Container. Uh, da ist ein Sandteil. Halt, ja. Du hältst die Gabe der Zeit. Ja, das hältst dann ab hier. Dieser hat Kamp, wenn sich Jahreszeiten wird die Gabe der Zeit und dann, yeah. Hier hängt's. Oh. Okay. Naja, jetzt kommen wieder diese Blätter. Danke, Teuger, mir wurde ein Stück der Gabe der Zeit zuteilt. Ich trammte eben vom Spindel, sonst im Westen etwas ist dort im Gange. Doch ich kann nicht erkennen, was es ist. Häm, mäm, mäm. Okay. Ah, nee, nee, hier ein Wegmöde. Du 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 dumm. Du 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 dumm. Okay, was soll ich jetzt machen? So, geht's jetzt wieder zu diesem Jahreszeiten-Teil, oder? Äh, ja, zu diesem neuen Ding-Style. Ihr wisst schon was ich meine, oder? Ja, ihr wisst es. Ach, ich geh jetzt einfach mal, Alter. Ich weiß zwar nicht, wohin, aber egal. Du wieder... ... Toll, da kann ich auch nicht weiter. Okay. Yeah. Hier ist ne Klee. Du brauchst aber nicht. Ein bisschen Sinn im Spiel, ne? Da kann der auch hoch... Boah! Hey! Ich glaub hier irgendwie im Kreis herum, ne? Achso, ich kann ja da oben zum Winter machen, bitte. Okay, dein Weg. Yeah. Okay. Es geht weiter. Ey, jetzt ist er... Ich kann mich überraschen. Nein, ich dachte, ey. Nee, ey. Gib mal euren Weg. Jetzt. Boah! Alter! Ich bin hier mal nicht so offen. Okay, jetzt wieder zurück zu diesen Jahreszeiten. Oh, Scheiße! Oh, Scheiße! Oh, okay. Kann man das nicht irgendwie schneller machen? Ähm... Oh, ja! So! Oh, gut. Da reicht ja auch mal da. Oh, das geht sogar. Okay, da braucht man einen Schlüssel. Da weiß ich nicht, wie man hinkommt. Das ist ohne Sinn, das auch. Das heißt, ich muss hier nicht hin, ne? Okay, das bringt mich gar nichts. So! Ich komme zu einem Gesundstil, aber egal. Ich bin mal so cool. Okay, hi! Okay! Jo, ich mach dir dann mal einen Cut. Ähm, wir sehen uns bei ICKG. Bis dann! Vielen Dank.